Da wir die 1000 Abonnenten erreicht haben, habe ich extra für euch einen 30 Minuten Special gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Cringe. Ich habe da mal eine ernsthafte Frage. Wenn man sich mit einer Banane befriedigt, nennt man das dann Selbstbefruchtung? So, was geht Leute? Ich bin mittlerweile so weit und so famous. Leute machen Videos mit, ich gebe mir so viel Mühe und kriege keinen einzigen Klick. Jigsaw-Krammer, guckt in die Kamera und alle Leute, wow! Mein Maserati wird 210, stopp, die Polizei hat's nicht gesehen, das macht Spaß. Ich bin ganz, ich bin ganz. Ich bin gespannt, ich verkündet. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Warum ich so aussehe, ich habe gerade eine Gesichtsmaske gemacht. Und das ist die Tube dazu, um etwas frischer zu wirken. Push me, and then just touch me, till I can lose my heart tonight. If you love me, feel alright, alright. This is just the night for me, for me and you. Wie viele Kinder werde ich bekommen? Ah, 200, 100 Jungs und 100 Mädchen, das werde ich gerne machen. Hey, hallo, ich will mit dir ein Selfie. Hey, hallo, komm mit das Foto drauf. Lichtschimmer in meine Kamera, zusammen schauen wir super auf. Oh, oh, kein Licht wie du. Oh, oh, kein Licht wie du. Hey, komm, zeig mir mal, wie du so gucken kannst. Süß. Lieb. Ängstlich. Eifersüchtig. Verliebt. Gierig. Genervt. Gelangweilt. Du musst pippi. Oh, my God, can I go to the U-Bahn? No, you not go to the U-Bahn. Get out of here, get out of here. Oh, my God, da, 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 da. Da, 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 da. Mh, mh, Mama, Papa, mh, mh, ah, ich bin schwanger. Wie oft würdest du mit mir knickicknacki machen? Immer wenn wir uns sehen. Bin ich der Einzige zur Zeit? Es gibt viele, doch ich spür du bist anders. Fangen wir jetzt an? Wo soll ich anfangen? Und was soll ich danach machen? Will sofort wieder gehen, Mann. Eine Platte, die wir speziell für Sie aufgenommen haben. Um, Mama, I see you. Um, Mama, I see you. Ich bin mit dir, wenn ich dich nicht seh. Es scheint, als würde ich meine Welt ohne dich nicht drehen. Ich will dich endlich wieder in meine Arme nehmen. In meinem Leben kein Schritt mehr ohne dich gehen. Du bist einfach so schön und wahr zu sein. Glaub mir, ich schätz dein Leben mehr als meins. Und ich wünsch dich... Der erste passereена. Dass die Mutter das war. Tha t T Du ohne IQ, ohne IQ, jeder Penner kann dich verhauen, du scheiß Opfer, du. Du hast hier verloren, auf jeden Fall, oh, was ich so eigentlich hasse, ich bin ein Hörstein, dass du immer so laut schreiben musst, hoffentlich verstehst du mich. B-b-b-baby, she a girl, you crazy, down boy, look at your crossface, why you so serious? Pónteme de espalda, ay, 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 ... Dieses Gebumse gefällt mir schon ganz gut. Das heißt, wir brauchen mehr Gebumse. Messer rein, Messer raus, Messer rot, eckels tot. Someday, my prince will... Sorry, Dad. I don't... Geh nach Wasser, Kiefer, Kasper. Das ist Fitness für die Fresse, wir trainieren jeden Tag. Ecstasy in Pillenform, macht Kiefer richtig starrt. Wenn ich groß bin, werd ich maler... HIT, 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 AUUS! Ja, Louis van Kray, es läuft ja bei Ihnen dann auch nicht so gut. Äh, äußern Sie sich. Ich denke, dass wir mit den Bayern, ja, dann 1 zu 1 gespielt haben. Schau! Wir stehen nicht gut da, aber ich denke, wir haben uns nach den Unentschieden uns doch nicht so schlimm angestellt. Ich habe heute Luca Toni spielen lassen. Ich habe gesagt, äh, Pizza Margherita hast du mir dann doch vorbeigebracht, dann darfst du auch wieder spielen. Nun, äh, denke ich nun, dass wir gewinnen, um verlieren zu siegen auch. Wir werden Meister werden. Okay, Louis van Kray, aber, äh, denke ich nicht. Da können Sie gucken, wie Sie gucken. Und da brauchen Sie mich nicht anzugucken, wie ein angefahrenes Kaninchen. Ach, du bist so arrogant. Ja, hier ist der Ofen, offiziell. Ey, schau mal, in Krenningen, ey, haben wir zwei Typen getroffen, die fern sind von mir. Ja, du bist der? Cedric. Der Cedric. Und du bist der? Elia. Der Elia. Ah, ja, 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 und schau mal Elia. Schau mal, schau mal an. Der hat so geile Dinden, ja. Alter Schwede, ey. Boah, da kriege ich eine Krise. Leute, ja, eben, äh, so sind wir unsere Fans oder alles. Aber ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Wir hören uns am nächsten Dienstag. Ciao. Alles abgefuckte Fotzen. Ich bin ein leckeres Kikakranchi. Bin so lecker. Was guckst du so? Meine Telefonnummer kriegst du nicht. Idiot. Ich fahr nach Anwerpen. Ich fahr nach Anwerpen. Juhu. Juhu. Ich fahr nach Anwerpen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Wie kann man jemanden so krass vermissen? Mama, schau mal, was ich dem Nachbarn aus der Grasche geklaut habe. Super, mein Junge. Geh noch mal hin und klau noch mehr. Hast du den auch noch kaputt gemacht? Geh sofort und klau ihn mal. Das ist ein Zauberstoff. Alter, das ist ein Holzstückerle. Ich weiß, dein Gesicht ist schön, doch innerlich bist du es leider nicht. Ich hab vergessen, wie du Hör, 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 hör. Hör, 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 hör. Ich hab vergessen, wie du gehört. Sieh mich nicht so an. wir können auch Freunde bleiben du kannst immer wenn du willst zu mir ins Zimmer kommen aber wir können nicht nein nein du hast mich lang nicht mehr so angesehen hast mir lang nichts mehr erzählt unsere Fotos hast du abge wenn ich sag ich will gern lecken meine ich das Eis am Stiel ich hab dicke lippen dicke lippen ich hab dicke lippen und sie glas ich hab dicke lippen und sie auch ich hab dicke lippen ist das ich hab dicke lippen Wollen wir den nächsten Schritt wagen? SIEHN Wenn ich nach deinem Körper schiele Denk ich nur an Doktorspiele Es wär so schön, wenn's dir gefiel Auf einen geilen Doktorspiele Wenn ich Ich brauche deine Hilfe, Dom Und dein Team Warum riech ich hier Babyöl? Reißt du weiter das Mal auf? Riechst du gleich einen dritten Arsch? Vor dir steht die beste Gschwude Fels Na, Mausi? Wie geht dir heute? Nenn mir nicht Mausi Ich bin nicht Mausi Ich mag nicht Uff, in Chilukung Willst du eine Banane? Na na na, ich will keine Willst du eine Banane? So that's what you want I want to be on the Leo Ba, back it up Is it fat enough? When I throw it back Is it fast enough? If I sweep it up Ain't you here to bad Ey, yo Kartoffelbrei mit Ei und Gurken Salat-Check Corona-Tata Mein Mann sagt, ich bin heute Ich bin bei Polizei Denn der Hamza hat heute frei Ja, 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 ja Und eins, zwei, drei Er ist bei Polizei Und eins, zwei, drei Erste Windows Geisse Da ist der... Da... 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 Windows... Windows XP... Hallo, Christian. Das neue Windows-Send von 2015. Hallo, Christian. Schönen guten Tag, ich heiße Russell. Gibst du der Mama einen Kussi? Nein, du hattest Papas Pullermann im Mund. Hoppe, hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Gaben, fress er in die Gaben. Fällt er in den Trumpen, macht der Reiter blumst. Du wagst es mich gerade ernsthaft vor die Wahl zu stellen? Diese Menschen haben mich großgezogen. Sie haben mich gelegt, obwohl sie mich adoptiert haben. Und jetzt erwartest du ernsthaft, dass ich mich entscheide? Madeleine hätte das nie so gewollt. Ja, für alle, die momentan TikTok verlassen, wünsche euch einen schönen Leben noch. Und lasst es euch gut gehen. Ihr seid privat bestimmt anders. Ich sag nur, oh je, beste Leben, Leute. Ja, macht's gut. Für alle, die rausgegangen sind. Ich werd noch eine Weile bleiben. Wie lang weiß ich nicht, liebe Leute. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Euren weiteren Lebensweg. Bis dann. Ciao, ciao. Liebe, liebe Leute. Bye. Die Klum sagt im Fernsehen, wir wären zu fett. Aber keine Liebenweiber mit einem Arsch im Bett. Mein Geist. Mein Geist. Beide. Mein Geist. Mein Geist. So, dann mal Prost, wa, auf die Dose. Oh, ein bisschen sauer, ein bisschen, ja, super sauer, das würde ich jetzt von Design nicht hinschreiben, weil es ist süß, na klar, 13 Gramm Zucker, logisch, dass da halt auch die Süße in ein Energy-Getränk muss, mindestens 10 Gramm Zucker sein oder 11, das ist Pflicht. Okay, man merkt vielleicht nach ein, zwei Schlucken, vielleicht auch der dritte, es ist leicht sauerlich, aber zu sauer ist es nicht. Man kann es trinken, für ein Energy-Getränk ist das gut. Jetzt werde ich nochmal einen zweiten Schluck probieren. Trotzdem, gute Bewertung, 9 von 9. Geschmeckt mir, gefällt mir sogar besser als dieser Watermelon, weil der hat mir nicht gefallen und, ja, der würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Was mich angeht, ich weiß nicht, ich glaube, manche Menschen haben zu viel Angst oder so. Die denken nicht darüber nach, dass alles anders sein könnte. Und ich meine die Welt, die Welt ist nicht so richtig beschissen. Aber ich glaube, es ist schwierig für manche Menschen, die so daran gewöhnt sind, wie die Dinge eben sind, selbst wenn sie schlimm sind, sich zu ändern. Und dann geben sie auf. Und wenn sie das tun, dann verlieren alle. Ich hoffe, du wirst sie irgendwann mal sagen, shit, warum habe ich sie gehen lassen. Wenn du anfängst, Lügen über mich zu erzählen, fange ich an, die Wahrheit über dich zu erzählen. Bitte, Freunde. Alter, hört's bei dir. Wir sind Geschwister nur von anderen Eltern. Möchten Sie eventuell noch irgendwas berichten? Ja, fick den Richter, nur Gott kann mich richten. Welche Haarfarbe habe ich? Nein. Wir trinken nicht allein, zumindest zu zweit. Spieglein, Spieglein an der Wand, wertlos zu feiern in unserem schönen Land. Egal was geschieht und was passiert, heute Abend wird mal ausprobiert. Was soll sie trinken sein? Ich schlief zu wenig und ich trank zu viel. Die Schmerzen im Kopf waren ein verkautes Gefühl. Ich trinke auf. Und wir trinken müssen, ganze Nacht, ich weiß, du bist. Mieses Stück Scheiß. 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 Scheiß dir das mal an. Du hast total die Hänge titten. Die hängen doch nicht. Die chillen nur. Geht's mir Dogi, gibt's mir Dogi, gibt's mir Dogi. Geht's mir Dogi, gibt's mir Dogi. Geht's mir Dogi. Du weißt genau, ich werde schwach. Wenn du's mir von hinten machst. Mach's mir Dogi, mach's mir. Wenn ich sag, ich will gern lecken, meine ich das Eis am Stiel. Ich schlief zu viel. Ich schlief zu viel. Ich schlief zu viel. Ich schlief zu viel. Und wir trinken müssen, ganze Nacht, ich weiß, du bist. Ich schlief zu viel. Ich schlief zu viel. Ich schlief zu viel. . 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 So krass, und Action! Anastasia, könntest du das bitte deiner Mutter übersetzen? Okay. Frau Lönchar, ihre Tochter ist ein Schliegerei und wird leid auf eine Schule zu spendiert für euch eine Woche. Schta kage, uciteljica? Ma ni, schta kage, on na, ja, das ist ein baš dobra uczenica, da lipo uvijek radi, ni sluša, ni da nikakve kuposte naradim, da sutra opet lipo mogu doići u školu. To je, moe, dite. Danke schön, Frau Müller. Auf Wiedersehen. Dumm, wa? Ich hab kein DRP gekraut. Jo. Na, dumm, wadda, 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 wadda. Also, der neue Trend auf TikTok. Tasche. Handy. Maus. Maske. Hoodie. Was machen 30 Pimmel im Bus? Eine Spritztour. Wie ich heiße? Pipilotta. Victualia. Rolga Dina. Schoko Minza. Ephraims Tochter. Langström. Stop. Don't touch me there. This is my no-no square. Das Krümelmonster schlägt wieder zu. Om, 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 om. Om, 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 om. Hör mir zu, vergiss alles, was du glaubst. Was für Vorschlüsse, ich geb alles, was du brauchst. Alles, was du ziehst und alles, was du brauchst. Und kommst du in den Knast, dann hol ich dich da raus. Ich will... Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich every night. Leute, das sind keine Speckgräuchchen. Das ist externer Speicherplatz für mein Bauchgefühl. 5, 4, 3, 2, 1, 1. I'm going to take my horse to the old town room, I'm going to ride until I carry out. Ich bin ein Maserati für 210 Die Polizei hat nicht gesehen, das macht Spaß Ich bin ganz, ich bin ganz Bin nicht Spaß, bin nicht vernünftig Bis Leute, was geht ab? Und zwar habe ich hier nochmal eine Schüssel mit Fragen Teil 2 und Tag 2 Und zwar mische ich das jetzt Und hier eine Frage Und zwar die Frage Was ist deine Lieblingsfarbe? Was meine Lieblingsfarbe ist? Es ist hellblau und rot Und jetzt sagt ihr gewalt Was ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt es in die Kommentare Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Und tschau! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!